Hallo und herzlich willkommen bei 10x Trading. Im heutigen Marktbriefing bereiten wir uns intensiv auf die wichtige kommende Handelswoche vor. Zu Beginn des heutigen Marktbriefings sprechen wir über einige Grafiken und Makrodaten. Wir beginnen mit Smart Money versus Dumb Money und wir sehen hier eine sehr große Schere zwischen den beiden Lagern, während die institutionellen Anleger jetzt mittlerweile sogar beinahe angekommen sind im überverkauften Bereich dieser Skala. Sehen wir die kleinen Anleger nahe der Tops und das ist so eine Situation, die erinnert mich sehr stark an die Situation im Februar, als sich der S&P 500 dann durchaus sogar noch ein bisschen nach oben schrauben konnte in diesem Umfeld, sogar noch ganz knapp neue Hochs anlaufen konnte. Darüber sprechen wir heute bei den Live-Charts und welche Kursziele hier möglicherweise noch im Raum stehen. Aber übergeordnet müssen wir ganz klar auf dem Zettel haben, dass so extrem, könnte man sagen, negatives Sentiment bei den institutionellen Anlegern nahe dem überverkauften Bereich durchaus auch eine Korrektur naheliegt. Und zu einem ähnlichen Schluss kann man noch kommen, wenn man sich das mittelfristige Risikolevel anschaut im S&P 500, das mit einer 7 jetzt keine attraktiven neuen Long-Einstiege anzeigt, aber durchaus dem Markt noch die Möglichkeit offen lässt, nach oben durchzuziehen, hier auf eine 8, möglicherweise sogar auf eine 9 zu steigen, wie wir es im Februar gesehen haben. Mittelfristig schreit das aber, muss man ganz klar sagen, auch nach einer Korrektur. Und wir sehen es oben auch im Chart. Der S&P 500 hat sich aktuell bereits wieder deutlich von der 200-Tage-Linie abgesetzt. Ein besonders spannendes Thema für die kommende Woche und auch für die kommenden Wochen ist ganz klar das Thema Volatilität und zwar aus mehreren Gründen. Einmal haben wir derzeit den Wix so niedrig, wie wir ihn zuletzt gesehen haben im Januar 2022. Und zwar da, wo der S&P 500 sein letztes All-Time-High markiert hat. Der Wix ist am Freitag mit 16,7 aus dem Handelgang, während der V-Wix, also die zugrunde liegende Volatilität, bereits deutlich ansteigt. Und das muss für uns ganz klar wichtig sein. Das war auch in den vergangenen Monaten immer wieder ein Frühindikator, dass der Wix möglicherweise vor einem etwas schärferen Anstieg steht. Wir wissen, der Wix ist sozusagen das Angstbarometer. Umso niedriger wie der Wix steht, umso ruhiger, umso entspannter könnte man sagen, ist der Markt. Umso sorgloser ist der Markt. Und umso höher der Wix ansteigt, umso mehr Angst ist im Markt. Und umso attraktiver wird der Markt dann natürlich auch entsprechend für uns für neue Long-Einstiege. Und ab morgen gibt es unter dem Ticker Wix1D einen neuen Volatilitätsindex an der Wall Street. Und zwar misst man mit diesem Wix dann speziell, und das wird höchst spannend meiner Meinung nach, die Volatilität dieser sehr kurzlaufenden Zero-DTE-Optionen. Und auch ein sehr wichtiges Thema ist die Positionierung der CTAs, also unserer algorithmischen Trendfolger, Fremdkapitalverwalter in den Vereinigten Staaten. Und da sehen wir, die sind sehr stark long positioniert aktuell. Die haben für die kommende Woche maximal 5,7 Milliarden zum Kaufen bis 7,1 Milliarden US-Dollar zum Kaufen, falls die Märkte stark steigen sollten. Aber falls die Märkte ins Rutschen geraten sollten, haben sie bis zu 36 Milliarden US-Dollar an Positionen abzubauen. Also wir sehen hier eine deutliche Downside-Convexity, wie das heißt, das Risiko zur Downside. Sehr, sehr groß, was die CTAs betrifft. Und mit Blick auf einen Monat ist es sogar noch extremer. Da haben sie im Rahmen von einer scharfen Rallye bis zu 11 Milliarden US-Dollar noch, die sie in den Markt schieben können, aber bis zu 220 Milliarden US-Dollar zum Verkaufen. Wichtig ist aber hier dazu zu sagen, die verkaufen nicht ohne Grund. Die brauchen sozusagen einen Trigger. Die brauchen den Trigger zum Kaufen, also einen aktiven Aufwärtstrend, beschleunigen dann sozusagen diesen Aufwärtstrend, brauchen aber dann entsprechend auch einen aktiven Abwärtstrend, um zu verkaufen. Wichtig ist dennoch, dass wir das auf dem Zettel haben, dass wenn wichtige Supports brechen, über die wir heute sprechen werden bei den Live-Charts, dass dann diese CTAs die Downside durchaus stark beschleunigen können. Deutlich stärker positioniert als noch zu Anfang des Monats April sind jetzt auch die kleineren Vermögensverwalter NA, AIM in den Vereinigten Staaten. Da hat sich die Positionierung jetzt sogar knapp verdoppelt im Rahmen des letzten Monats von ca. 40% jetzt auf knapp 80% Investitionsquote. Man kann also sagen, dass nicht nur die CTAs, also die Algorithmen, sondern auch die kleineren Vermögensverwalter in den Vereinigten Staaten aktuell durchaus stark investiert sind. Und auch im Kryptobereich haben wir jetzt in den vergangenen Wochen durchaus starke Geldflüsse gesehen und zwar vor allen Dingen hier auch in öffentlich gelistete Bitcoin-Produkte, einschließlich Bitcoin-ETFs und das sind sehr gerne auch Vehikel, die von kleineren und größeren Vermögensverwaltern genutzt werden. Und da müssen wir ganz klar sagen und jetzt hier möglicherweise eine These aufstellen, kommen die jetzt ein bisschen spät, möglicherweise sogar ein bisschen zu spät auf die Party. Wenn du die Reichweite von diesem Video deutlich erhöhen möchtest, lass sehr gerne dein Like da, abonnier den Kanal und schreib vor allen Dingen auch gerne einen Kommentar unter das Video. Denn während die kleineren Vermögensverwalter und die CTAs aktuell durchaus optimistisch sind, haben wir gerade zuletzt einen der bekanntesten Insider, den CEO von BlackRock, Larry Fink, gesehen, wie er ein sehr großes Aktienpaket verkauft hat. Und wir wissen, der hat sich durchaus einen Namen gemacht, der hat nämlich auch unmittelbar vor dem Corona-Crash verkauft, müssen wir ein bisschen im Hinterkopf behalten. Und deswegen bleibt es extrem wichtig, dass wir unsere kritischen Levels kennen bei den Indizes, allen voran natürlich auch beim Nasdaq 100, den wir hier sehen in seiner Range. Und darüber haben wir auch schon häufiger gesprochen. Für mich ist ein extrem kritisches Level der Bereich um 12.900 bis 12.850 beim Nasdaq. Da läuft auch ein wichtiges Fibonacci-Level, sprechen wir heute drüber. Und natürlich auch wieder über einen wichtigen Trendkanal beim S&P 500. Begünstigend für eine mögliche Korrektur könnte auch sein, dass wir gerade zuletzt Märkte gesehen haben, die sehr stark performt haben und zwar unmittelbar vor einer Earnings-Season. Wir haben das 14. beste Monat gesehen seit 1950, das in eine Earnings-Season reingeführt hat, jetzt mit 6,6% Rendite. Und es gibt den Spruch, buy the rumor, sell the fact, also kaufe das Gerücht möglicherweise einer positiven Earnings-Season. Und jetzt müssen wir wirklich ganz genau darauf achten, ob dann die Earnings-Season an sich möglicherweise ein Sell the News wird. Und gerade diese Woche haben wir natürlich mit Alphabet, Microsoft, Amazon, Meta, einige Unternehmen, die durchaus auch mitverantwortlich dafür waren, dass die Märkte jetzt in diesem Jahr so gut gelaufen sind. Und damit kommen wir direkt zur Berichtssaison. Und da muss ich meine Aussage von dem letzten Marktbriefing nochmal revidieren. Ich habe davon eine Hammerwoche gesprochen, was die Earnings betrifft. Aber wir haben diese Woche eine absolute Hammerwoche. Montag vorbörslich geht es los unter anderem mit Coca-Cola und Credit Suisse. Und nachbörslich schauen wir dann auf die First Republic Bank. Dienstag vorbörslich unter anderem die Zahlen von UPS, McDonald's, 3M und PepsiCo. Und nachbörslich schauen wir dann unter anderem auf Microsoft, Alphabet und Visa. Alles an einem Abend. Mittwoch vorbörslich unter anderem dann die Zahlen von Boeing und nachbörslich dann die Zahlen von Meta und Roku. Und am Donnerstag vorbörslich unter anderem die Zahlen von American Airlines, Caterpillar und Mastercard. Und nachbörslich dann schauen wir auf Amazon und Intel. Und weil es noch nicht reich geht, gehen wir am Freitag noch aus der Woche mit den Zahlen von unter anderem Exxon Mobile und Chevron. Und auch volatil sollte diese Woche durchaus werden. Wir sehen hier, was der Optionsmarkt in etwa antizipiert an prozentuellen Schwankungen durch die Earnings. Da sehen wir bei Google ca. 5%, UPS auch ca. 5%, Microsoft ca. 4% Spitzenreiter. In dieser Woche wird Meta mit knapp über 8% sogar und Amazon mit Intel auch im Bereich der 7% bis 8%. Wenn dir das Video Mehrwert bietet, lass sehr gern deinen Like da, dass es der YouTube-Algorithmus möglichst vielen Leuten empfiehlt. Und abonniere auch den Kanal, dass du jetzt in dieser wichtigen Marktphase nichts mehr verpasst. Damit kommen wir zum Wirtschaftskalender und auch der hat es durchaus in sich. Kommende Woche Montag, IFO-Geschäftsklimaindex in Deutschland. Dienstag, Baugenehmigungen, CB-Verbrauchervertrauen und der Verkauf von neuen Häusern in den Vereinigten Staaten. Mittwoch dann die Auftragseingänge für langlebige Güter, Kernrate. Ganz wichtiger Indikator, auch gerade Stichwort Konjunktur, potenzielle Rezession. Donnerstag gibt es dann das Bruttoinlandsprodukt in den Vereinigten Staaten. Hier wird mit 2% Wachstum gerechnet im Vergleich zum Vorquartal mit 2,6%. Also durchaus rückläufig abkühlende Wirtschaft. Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe. In dieser Woche rechnet man sogar mit 250.000. Hier haben wir jetzt einen deutlichen Trend, der sich zu beschleunigen scheint. Am Freitag gehen wir dann aus der Woche mit der Veränderung der Arbeitslosigkeit in Deutschland. Mit dem Bruttoinlandsprodukt in Deutschland und unserem Verbraucherpreisindex für den Monat April. Und ganz wichtig, auch am Freitag, PCE Kernrate. Ihr wisst, das ist der Inflationsindikator, auf den vor allen Dingen Jerome Powell sehr, sehr gerne schaut. 14.30 Uhr Freitag, PCE Kernrate in den Vereinigten Staaten. Wir kommen zum Thema Sentiment. Am Freitag sind wir bei einem vielen Greed Index von 65 aus dem Handelgang. Und damit mitten im Bereich der Gier die letzte AA-II-Sentiments-Befragung. Die letzten beiden AA-II-Sentiments-Befragungen, muss man sagen, stehen ganz im Zeichen der Neutralität. Vor gut einer Woche waren es noch 39% neutraler Marktteilnehmer und damit einer der höchsten Werte in der Geschichte dieser Umfrage. Letzte Woche waren es immerhin noch 37% neutraler Marktteilnehmer. 35% bärisch circa, 27% haben mit bullisch geantwortet. Und daraus kann man auch so ein bisschen lesen, dass sich die nächste Bewegung am Markt, der nächste Impuls durchaus beschleunigen kann, wenn sich dieses neutrale Lager auflöst. Entweder dann in die bullische oder in die bärische Richtung. Die letzte YouTube-Umfrage von vergangenen Mittwoch war durchaus bärisch mit 47%. Bären, 23% neutral, 30% von euch haben mit bullisch geantwortet. Und da starten wir natürlich heute mit diesem Video auch wieder eine neue Umfrage. Damit kommen wir zur Chart-Analyse. Und die beginnen wir heute mit einem Blick auf unseren Chart der Notenbanken EZB, FED. Die Bank of Japan und die People's Bank of China sind hier vereint in einem Chart. Übergeordnet sehen wir eindeutig natürlich hier das Ende des lockeren Geldzyklus 2020, 2021, dann 2022. Massive Reduktion von Liquidität. Bärenmarkt war die Folge. Und jetzt sehen wir hier seit September deutlich steigende Liquidität. Wir müssen jetzt hier aber ganz genau darauf achten, dass die Liquidität hier wirklich am Support angekommen ist von diesem sehr gut respektierten Trendkanal. Man kann diesen Chart durchaus auch technisch analysieren. Wir haben zuletzt einen Doppeltop gesehen bei der Liquidität, natürlich auch am Markt. Und das wird jetzt ein extrem spannendes Bild. Sehen wir hier einen Breakdown bei diesem Chart. Durch diesen Trend nähert sich dieser Chart. Nach der 200-Tage-Linie wird das meines Erachtens auch der S&P 500 tun. Kommen wir nachher natürlich dazu, wenn wir die Indizes analysieren. Und kommt es hier doch von diesem Support zu einem Impuls nach oben bei der Liquidität, dann seid ihr definitiv die Ersten, die ihr das erfahren. Vor allen Dingen, wenn ihr auf den Discord kommt und 10x-Member werdet, weil wir da natürlich diesen Chart auch täglich besprechen. Denn wenn es hier zu einem Ausbruch kommt bei der Liquidität, kommt es meines Erachtens auch bei den Indizes zu einem Breakout. Als nächstes schauen wir auf den US-Dollar-Index, auf den Dixie. Und das ist aktuell ein wichtiger Chart, den wir analysieren. Nicht nur, weil dieser Markt natürlich sehr stark beeinflussend wirkt auf nahezu alle Märkte, die wir ohnehin täglich analysieren. Nein, es ist auch ein Markt, der derzeit auch am Support ist. Haben wir das bitte auf dem Zettel, dass der US-Dollar derzeit definitiv sogar am Support ist. Wir haben zuletzt ein kleines Wick gesehen, nochmal auf das übergeordnete Jahrestief, aber diese Zone von 101,3 ist sehr, sehr kritisch. Das war hier das Tief im Mai 2022, bevor der Dollar seine Rallye hier nochmal massiv fortsetzen konnte. Wir zoomen jetzt hier mal ins aktuelle Bild rein. Ich spreche nämlich seit einigen Tagen drüber, dass mir dieser Long aktuell noch nicht gut gefällt. Und bis zum jetzigen Zeitpunkt behalte ich auch noch recht mit dieser Einschätzung. Denn wir sehen, dass der Dixie hier wieder an der 20-Tage-Linie am Freitag abgeprallt ist. Ein deutliches Wick an der Oberseite, das ist keine bullische Kerze, das muss man sich ganz klar vor Augen führen. Es gibt jetzt zwei Szenarien und habt die bitte beide auf dem Schirm. Wenn der Dollar-Index hier nochmal runterkommt in diesem Bereich, sich möglicherweise einen Doppelboden sucht auf den wichtigen 100.8, dann halte ich das hier durchaus für einen interessanten Einstieg. Und dann eben hier für die Gegenbewegung sich zu positionieren. Bricht er uns durch? Unter die 100,8 wird der Dixie meines Erachtens mit nahezu an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit zweistellig, weil hier der nächste Support dann erst diese Box ist. Das ist die Golden Pocket, also das 61er und 65er Fibonacci der gesamten Dollar-Rallye seit 2021. Und den nächsten echten technischen Support hat er dann erst hier bei diesem Triple-Boden im Bereich von 97,5. Und was auch wichtig ist, und das wird dann für mich durchaus der Trigger für die potenzielle Dollar-Rallye, du musst hier ausbrechen aus der 20-Tage-Linie, du musst das 23er Fibonacci von dieser Downside hinter dir lassen, dann kann die Rallye starten in dem Bereich von 102,7 bis 104,1. Und ganz wichtig wird in diesem Zusammenhang und generell aktuell natürlich auch sein, dass wir uns auf die Entwicklung der Verzinsung der 10-jährigen Staatsanleihe auch fokussieren. Die haben wir nämlich aktuell wieder mit steigenden Tendenzen, hatten wir auch antizipiert, die ist hier in diesen wichtigen Support-Bereich reingelaufen Anfang April hier von 3,25 bis 3,35 Prozent. Jetzt sehen wir sie aktuell bei 3,57 Prozent, ist damit auch ganz knapp über dem 38er Fibonacci von dieser Downside. Wenn hier die Zinsen weiter steigen, lokal sehe ich sie steigen in dem Bereich von 3,667 Prozent bis 3,75 Prozent. Und das sollte dann durchaus auch dieser potenziellen Rallye ein bisschen Feuer verschaffen. Aber wir haben hier auch bitte ganz klar die 200-Tage-Linie auf dem Schirm. Und ganz klar, dass hier mit diesem Rücksetzer oder mit dieser Erholung das 38er, sogar knapp das 50er Fibonacci getroffen war. Die Zinsen können sich technisch von hier auch definitiv wieder verabschieden. In diesem Support-Bereich wird ein Chart sein, den wir ganz klar in den nächsten Tagen ganz eng beobachten. Und im Hinterkopf habe ich da sogar tatsächlich so ein bisschen den Montag mit den Meldungen von Credit Suisse und First Republic Bank. Das waren ja zwei Banken, die im Rahmen der Bankenkrise ganz weit oben waren in den Schlagzeilen. Und das wird natürlich hier auch Ausschläge dann geben bei TLT, unserem ETF in die langlaufenden US-Staatsanleihen. Wir haben es gesehen, wenn die Angst am Markt größer wird, dann kommt es zu einer Flucht in die Anleihen. Jetzt haben wir hier eine Korrektur gesehen bei TLT. Sucht sich jetzt hier, da haben wir darüber gesprochen in den letzten Videos, auf halber Strecke von dieser Distanz. Ähnlich wie wir es hier im großen Bild gesehen haben, sucht sich TLT jetzt hier im kleinen Bild auf der halben Strecke von dieser Distanz. Und das muss man ganz genau beobachten. Habt ihr auch bitte Preissalame in Kombination mit der 200-Tage-Linie. Wenn TLT aus der 200-Tage-Linie hier ausbrechen kann, muss meines Erachtens nochmal zu einer Rallye hier anstopp. Und das würde dann wieder ein bisschen Angst, ein bisschen Panik signalisieren, auch fallende Zinsen signalisieren, stark fallende Zinsen signalisieren kurzzeitig. Und das wissen wir, das war auch gerade hier im März durchaus ein Rezept für eine Korrektur am Aktienmarkt. Und gleichzeitig beobachten wir natürlich auch HYG, den Chart für unsere Hochrisiko-Anleihen. Gerade wenn wir einen starken Aktienmarkt antizipieren oder sehen wollen, wollen wir natürlich sehen, dass HYG mitsteigt. Gleichzeitig sind aber zum Beispiel fallende Hochs oder generell eine Korrektur bei HYG, der Bruch von wichtigen gleitenden Durchschnitten. Zum Beispiel ein deutliches Warnsignal, was wir aktuell ganz klar noch nicht sehen. Wir sind momentan noch über der wichtigen Marke von 74,70 Dollar. Wir sind auch aktuell noch über der 200-Tage-Linie, über der 20- und über der 50-Tage-Linie. Ihr habt das ganz klar auf dem Zettel. Das sind hier noch keine unmittelbaren Warnsignale. Aber, und das ist wichtig, habt eure Preissalarme bei HYG bitte im Bereich von 74,30 Dollar. Oder schaut definitiv täglich die Videos. Da haben wir den Chart auch immer mit dabei, wenn wir hier eine Bewegung zur Downside bekommen. In diese Lücke ist meines Erachtens auch eine Korrektur am Aktienmarkt angezeigt. Gleichzeitig sehen wir eine Volatilität am Anleihenmarkt, die massiv zurückgekommen ist seit dem Top. Am 16. März hat sie sich um 40% reduziert, war dabei 200, ist jetzt noch bei 120. Ihr seht diesen aggressiven Abwärtstrend. Schauen wir uns auch noch gleich den Volatilitätsindex auf die Aktien an. Also den WIX, der ist jetzt auch direkt am Abwärtstrend, möglicherweise sogar ausgebrochen bereits. Jetzt machen wir uns ein bisschen bereit, dass zumindest nochmal ein starkes Ansteigen der Volatilität an den Märkten jetzt aktuell hier in diesem Umfeld eher nicht unerwartet wäre. Und damit kommen wir zu den Indizes und wir gehen mit dem Volatilitätsindex. Und den sehen wir aktuell so niedrig, wie wir ihn zuletzt gesehen haben im Januar 2022, als der S&P 500 das letzte Mal sein All-Time-High markierter. Das heißt, wir sehen, der Markt ist extrem sorglos aktuell. Und das müssen wir auf dem Zettel behalten. Wir haben jetzt auch seit drei Tagen steigende Tiefs beim WIX. Deswegen habe ich hier lokal jetzt mal einen Aufwärtstrend eingezeichnet. Preisalarm drauf. Wenn wir hier Tagesschlusskurse sehen, drunter müssen wir damit rechnen, dass die Rallye sich direkt nochmal fortsetzt. Und der WIX hier auch unter die 16 fällt, möglicherweise sogar die 15 anläuft. Und damit Tiefs anläuft, die wir so in dieser Form seit November und Oktober 2021 nicht mehr gesehen hätten. Aber auch ein Aufschaukeln vom WIX halte ich hier für absolut denkbar. Ich habe deswegen hier diese steigenden Tiefs auf dem Schirm. Und wenn wir sehen, dass der WIX ansteigt, dann wird es extrem spannend sein. Ob er hier aus den 20 ausbrechen kann. Da hatten wir nämlich zuletzt Anfang April massiv Widerstand gefunden. Danach hat sich die Rallye entsprechend fortgesetzt und übergeordnet, muss man sagen, WIX unter 20. Vor allen Dingen, falls er hier im Zweifel nochmal Widerstand finden sollte. Das ist kein Volatilitätsindex, wie wir ihn in einem aktiven Bärenmarkt finden. Das muss man ganz klar dazu sagen. Und auch ganz wichtig, habt diesen WIX one day ab morgen auf dem Schirm. Mit dem wir dann eben entsprechend die Volatilität bei den sehr kurzlaufenden Optionen messen können. Und damit kommen wir zum S&P 500. Und da schauen wir uns zuerst mal die letzte Wochenkerze an und sehen, eine Doji-Kerze. Der Markt kann mit diesen aktuellen Levels nichts anfangen. Und da legen wir uns direkt mal das Wochenhoch und das Wochentief drauf von letzter Woche. Denn da musst du bei einer Doji-Kerze entsprechend ausbrechen. Bullische Impulse erwarte ich mir demnach bei Kursen von über 4.170. Bärische Tendenzen möglicherweise in eine Korrektur geht der S&P 500, sobald wir Tagesschlusskurse sehen, unter 4.114 Punkte. Und wenn wir hier schon im Spotmarkt sind, wo wir die Gaps wunderbar sehen, also die Kurslücken, habt ihr noch als mögliches Kursziel nach oben bitte. Die 4.200, circa 25 Punkte auf dem Schirm. Hier wäre dann ein ganz knapp höheres Hoch sogar erreicht als im Februar, was durchaus ein schönes Signal wäre für die folgende Korrektur. Aber hier wäre dann auch die Kurslücke geschlossen aus dem August 2022. Aktuell sehen wir Freitagsschlusskurs 4.133 Punkte im Spotmarkt, Widerstand an den kritischen 4.155 Punkte und eben die angesprochene Doji-Kerze, die im Rahmen der kommenden Woche durchaus nach einer Entscheidung schreit. Wenn wir uns das Ganze im Tagesschat anschauen, dann macht das auch extrem viel Sinn. Wir wissen, dass wir seit Anfang April in einem sehr engen, aufwärtsgerichteten Trendkanal sind. Und ihr wisst, das gefällt mir nicht so gut, weil so ein aufwärtsgerichteter Trendkanal, so eine aufwärtsgerichtete Konsolidierung immer die Gefahr birgt, in eine bärische Divergenz reinzulaufen. Dass der Markt hier sozusagen entspannt weiter nach oben klettert, während aber das Momentum abnimmt. Und genau das sehen wir aktuell auch. Wir sehen eine bärische Divergenz im Rahmen von diesem gesamten Anstieg seit Anfang April. Möglicherweise sind wir jetzt hier auch kurz vor einem Verkaufssignal im MACD beim S&P 500. Und wenn wir uns hier diese Wochenrange anschauen, der vergangenen Handelswoche, eben die 4.172 Punkte am Top und die 4.112 Punkte vor allen Dingen am Tief, dann sehen wir, dass sobald die Kurse, die Tiefskurse der vergangenen Woche brechen sollten, der S&P 500 hier auch aus diesem lokalen Trendkanal durchbricht. Und hier ist auch die 20-Tage-Linie, auch die würden wir dann brechen. Möglicherweise nochmal als Widerstand testen und dann kann der S&P 500 in eine schärfere Korrektur gehen. Ziele dafür sehe ich im Bereich 4.020 bis 3.920 Punkte, sprechen wir natürlich drüber über die Box, wenn es soweit ist, wenn wir sehen, dass diese Tiefs bei 4.113 Punkte fallen sollten. Und wenn er hier das Hoch rausnimmt bei 4.172, schraubt er sich eben im Rahmen von diesem Trendkanal nach oben, schließt hier diese Kurslücke bei 4.225 Punkten und dort müssen wir den S&P 500, falls es dazu kommt, definitiv hier nochmal neu bewerten. Wenn dir das Video Mehrwert bietet, lass sehr gern deinen Like da, das ist der YouTube-Algorithmus, möglichst vielen Leuten empfiehlt und abonniere auch den Kanal, dass du jetzt in dieser wichtigen Marktphase nichts mehr verpasst. Wir kommen zum Nasdaq 100, den hatten wir eingangs bei den Makrodaten kurz angeschaut. Hier siehst du diese Range, über die wir da gesprochen haben beim Nasdaq, hier der wichtige Support bei 12.850 bis 12.900 Punkte. Die 12.850 sind auch das 38er Fibonacci der gesamten Downside. Man kann hier nicht ausschließen, dass so eine Rallye nur ans 38er Fibonacci läuft und hier möglicherweise massiv abkorrigiert, genauso wie wir es im S&P 500 nicht ausschließen können. Dort hatten wir bereits das 50er Fibonacci getroffen. Das macht es durchaus sehr, sehr wichtig, dass wir aktuell hier nicht zu aggressiv positioniert sind, meines Erachtens. Und vor allen Dingen, dass wir Trendbrüche respektieren. Und ein Nasdaq 100, der deutlich unter die 12.850 fällt, der qualifiziert sich für mich für eine Korrektur in diese Zielzone. Und ich möchte Ihnen, und das ist ganz wichtig, ich möchte den Nasdaq 100 nicht mehr sehen bei Kursen von deutlich unter 12.200 Punkten. Ich möchte Ihnen nicht sehen, dass wir aus diesem Year-to-Day-Aufwärts-Trend-Kanal durchbrechen nach unten. Insbesondere, weil wir es dann eben jetzt gerade zuletzt nicht mal mehr deutlich über die Herzlinie geschafft hätten. Da müsste man dann durchaus für die weiteren Kursverläufe durchaus vorsichtig sein. Denn aktuell sehen wir aber noch, und das ist wichtig, und wir gehen jetzt in eine extrem wichtige Woche, was die Earnings angeht, im Tech-Bereich. Dass sich der Nasdaq hier nicht nur um und bei der 20-Tage-Linie halten kann. Wir haben jetzt am Freitag ganz knapp drunter geschlossen. Wenn wir jetzt aber natürlich sehen über Nacht heute, dass die Futures stark sind, dann sehen wir morgen wieder einen Nasdaq-Future über der 20-Tage-Linie. Ihr habt es ganz klar auf dem Zettel, dass wir hier in einer wichtigen Make-or-Break-Situation sind. Kurse deutlich unter 12.850 Punkte. Da sollten Preishalame klingeln, weil dann durchaus eine Korrektur angezeigt ist. Nochmal um circa 400 bis 600 Punkte. Wir blicken auf den Russell 2000 und das ist meines Erachtens derzeit ein sehr wichtiger Index zu beobachten. Nicht nur, weil der hier vor einer meines Erachtens kritischen Entscheidung steht, sondern auch, weil hier eben viele Aktien drin sind, die im aktuellen Umfeld nicht nur stark leiden, sondern eben auch nicht gesucht sind. Wirklicherweise auch einige Zombie-Unternehmen. Das ist ein wichtiger Index. Machen wir uns da absolut nichts vor. Und der technisch derzeit sehr, sehr schwach unterwegs ist. Deutlich unter seiner 200-Tage-Linie. Deutlich unter seiner 50-Tage-Linie, die jetzt hier auch bärisch durch die 200-Tage-Linie kreuzt. Also ein Deathcross. Und wir sehen hier auch einen möglichen bärischen Dragon. Du hast hier erste Rallye, Rückkehr zum Trend, tieferes hoch. Und wenn du jetzt hier durchbrichst, dann geht der Russell nochmal tief runter auf ein Retracement nochmal im Bereich dieser Supportzone. Hier halte ich ihn dann durchaus auch interessant für Einstiege. Würde aber auch zumindest ein Frühindikator sein, dass so richtig die Lust vor allen Dingen auf Risiko am Markt, die auch in Form von Small Caps eher nicht mehr vorhanden ist. Der bullischste Index meines Erachtens aktuell ist ganz klar der DAX. Wir haben auch am Freitag durchaus eine starke Kerze gesehen, was wir aber am Freitag nicht gesehen haben. Und das müssen wir definitiv auf dem Zettel behalten. Das sind hier neue Verlaufshochs. Wir haben jetzt hier einige Tageskerzen, die eisernen Widerstand finden bei circa 15.930 Punkte. Wir hatten auch noch keinen DAX bei 16.000 Punkten. Das müssen wir ganz klar beobachten. Ich habe hier einige Preissalarme über diesen lokalen Tops. Wenn der DAX das Level hier rausnimmt, dann kommt es nochmal zu einem kleinen Short Squeeze. Das Kursziel oder die Kursziele, die kennen wir, wenn wir uns hier den letzten echten Rücksetzer abmessen. Sind wir hier im Bereich von 16.050 Punkten. Das wäre das erste Kursziel. Das zweite Kursziel wären hier die 16.250 Punkte. Das sind beides noch keine neuen All-Time-Heiß. Und falls der DAX ausbrechen sollte, ist mein erstes Ziel hier oben der goldene Schnitt aus diesem Rücksetzer bei circa 16.500 Punkte. Viel wichtiger allerdings wird aktuell sein. Habt meines Erachtens Preissalarme drauf über dem Bereich von 15.950 Punkte. Und umso länger ihr diese Preissalarme nicht hört, umso höher wird die Gefahr, dass sich die Bullen hier möglicherweise festfahren. Und wenn es dann zu einer kleinen Korrektur gibt, kann die durchaus nach unten auch etwas sportlicher ausfallen. Und wichtig ist hier auch noch, dass wir über dem 88er Fibonacci sind seit dem All-Time-High. Ganz runter an die Jahrestiefs. Und das 88er Fibonacci sehen wir bei 15.786 Punkte. Solange der DAX sich über diesem Level hält, sollte man meines Erachtens auf jeden Fall noch mit Short-Positionen vorsichtig sein. Der Hang Seng Index zeigt uns hier lokal ein bisschen Schwäche. Das passt auch zu den chinesischen Aktien, die jetzt durchaus wieder schwächeln. Gestern im Video hatten wir ja Alibaba. Kannst du dir sehr, sehr gerne im Anschluss an dieses Video noch anschauen. Müssen wir jetzt genau darauf achten. Support sehe ich hier bei der 200-Tage-Linie. Wenn wir jetzt hier weiter Schwäche bekommen, wir sind jetzt auch unter der 50, unter der 20-Tage-Linie. Auch unter den 20.100 Punkten. Jetzt aktuell sind wir genau bei 20.009 Punkte. Die 200-Tage-Linie hatten wir diese kritische Zone. Tagelanger Kampf und danach der Breakout. Möchtest du maximal nochmal einen Backtest bekommen und danach steigende Kurse sehen. Kurse unter der 200-Tage-Linie würde ich jetzt hier zumindest kurzfristig nochmal als kritisch erachten. Wo ich den Hang Seng auf definitiv auf gar keinen Fall mehr drunter sehen möchte. Das ist hier unter diesem Tief, da haben wir gestern auch bei der Alibaba-Analyse gesprochen, wo wir sie nicht mehr drunter sehen wollen. Auf keinen Fall Hang Seng-Kurse von unserer 18.000 Punkte. Da ist aber durchaus noch ein Weg hin. Und ich sehe hier auch, wie gesagt, die 200-Tage-Linie, die war so kritischer Widerstand hier viele Tage lang. Die kann hier dann natürlich auch zum kritischen Support werden. Wir kommen zum Bitcoin im Tagesschart und da haben wir zuletzt im Video diesen Trendbruch besprochen. Starker Impuls jetzt auch zur Downside der Bitcoin. Bitcoin hat seit den Tops, haben wir auch auf dem Zettel, jetzt bereits am Tief 12,5% verloren. Wir haben darüber gesprochen, dass ich mir hier im Rahmen von diesem Trendkanal, was zuvor Widerstand war, jetzt hier zusammen mit der 50-Tage-Linie durchaus Support vorstellen kann. Der Bitcoin ist jetzt auch das gesamte Wochenende lang hier seitwärts gegangen. Aber Preisection am Wochenende kann ich absolut nicht empfehlen, dass man die hier groß überbewertet. Was kritisch ist, wir sind jetzt unter dieser Widerstandszone. Wir sind aktuell auch unter dem 23er Fibonacci, der gesamten Downside. Da möchtest du nach einem Breakout eigentlich nicht mehr drunter fallen. Eine sehr wichtige Supportzone, falls die Korrektur sich hier nochmal fortsetzen sollte, falls der Bitcoin auch unter die 50-Tage-Linie brechen sollte. Eine ganz kritische Supportzone sehe ich hier im Bereich bei 25.000 bis 25.300. Hier wäre dann die Herzlinie von diesem Trendkanal. Hier wäre die wichtige psychologische Marke von 25.000. Und vor allen Dingen habe ich dir hier auch noch eine Linie eingezeichnet. Das ist in etwa die 200-Wochen-Linie. Erinnere dich mal an die 200-Tage-Linie. Massiver Breakout aus den 20.000. Dann hast du sie hier einige Wochen später backgetestet. Die 200-Tage-Linie. Danach begann diese Phase der Rally. Mach jetzt einen Rücksetzer auf die 200-Wochen-Linie. Wenn der Markt hier reagiert, werde ich mich nochmal aggressiv einkaufen. Eben dann in Spekulation möglicherweise noch auf ein weiteres Leg-Up bei Bitcoin. Also auf einen weiteren massiven Impuls nach oben. Eben ans übergeordnete Kursziel dann von 36.000. Aktuell bin ich hier in einer vorsichtigen Warteposition. Habe durchaus eine Watchlist auch im Krypto-Bereich, wo ich nochmal nachkaufen werde. Auch bei den Altcoins. Dazu möchte ich jetzt hier beim Rahmen von dieser Korrektur gerne ein bisschen mehr Klarheit sehen. Was durchaus freundlich wäre, wenn der Bitcoin jetzt von hier wirklich beweist, dass die 50-Tage-Linie und dieser Trendkanal der ehemalige Widerstand vom Trendkanal zum Support wird und dann hier wieder aus den 28.2 steigen kann. Das wären durchaus freundliche Tendenzen. Ansonsten schauen wir uns den Bitcoin auch sehr gerne, wie gesagt, hier an im Bereich von 25.000. Ich bedanke mich vielmals, dass du das heutige Video bis zum Schluss geschaut hast. Schau mal in die Videobeschreibung. Dort findest du die Möglichkeit, Mitglied zu werden bei 10x Trading. Dadurch bekommst du Zugriff zum Premium-Bereich im Discord, wo du dich mit vielen Gleichgesinnten austauschen kannst und wo ich täglich Markt- und Aktienanalysen poste. Ich bedanke mich vielmals für deine Aufmerksamkeit und sage Tschau.